Jo moin Leute, weiter geht's. Ihr seht schon mit einem neuen Gastspieler, Siem. Der ist jetzt mit dabei. Er wird uns jetzt ein bisschen helfen. Ich hoffe ihr habt unser Video gesehen, dass ihr bei uns mit auf dem Server spielen könnt. Er hat es geschafft. Er hat eine sehr gute Bewerbung geliefert. Wir hoffen, wir haben jetzt Spielspaß zusammen und dann fangen wir gleich an, oder? Jo, ich hab ihm noch schon mein Card gegeben. Und uns ist hier noch ein Fail aufgefallen mit der Trittplatte, die mach ich gleich mal Schrott. Ja, weil wenn man darauf geht, egal, dann geht auf jeden Fall. Aber dann geht hier die Boostschiene direkt an und man fährt weg. Jo, wollen wir dann mal? Ich kann ja schon mal sagen, was wir so vorhaben, diese Session. Du kannst fahren mit dem Minecraft. Ich auch, muahaha. Ich hab meins weggeworfen, ich renne. Also wir wollten eine Windmühle bauen, so eine coole Windmühle. Platz haben wir auch schon ausgesucht und so. Ich hab's nicht geschafft zu starten, wie schlecht. Alter, zwei, drei, vier... Oh, Zombies, Creeper, alles. Stimmt, wir fahren voll durch die Nacht entspannt, ne? Aber wir überleben das. Und ich renne durch die Nacht. Ah ja, und wir haben auch so ein Gasthaus gebaut. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich schon gesehen, wenn ihr zuguckt. Aber hier, Xim hat's noch nicht gesehen. Er wird sich gleich wundern. Ja, da kannst du rein. Haben wir in der Kiste eigentlich ein paar Sachen für ihn? Weil er hat ja jetzt gar nichts. Nee, das geben wir ihm gleich so. Gut. Das ist das Gasthaus, da wohnst du. Das? Ja, das, was da ist, was du noch nicht kennst. Ja, das hier ist übrigens auch die Überraschung, von der wir gesprochen haben. Also, dass wir jetzt halt Gastspieler mitspielen lassen. Ja. Ja. Oh, Blume. Geht kaputt. So. Mit dem Schwert kannst du das mit einem Schlag schrotten, ne? Ja, ja. Klugscheißer. Ja. Mit dem Keller atmen wir auch noch was Besonderes vor. Ist alles nichts drin hier. Ja, da ist so ein Mitspieler-12 drin. Da ist so ein Loch und da Diamanten sind unten und du springst rein und dann ist Lava da. Hm. Ja. Ja. So, warte. Sim, komm mal mit, ich geb dir ein bisschen Werkzeug und so. Ja. Chris, du kannst schon mal mir einen Gefallen tun und Dings ernten, wenn du willst. Was kann ich? Äh, ich mach erstmal die Creeper hier platt. Okay. Ich hab ja ne Rüstung. Ja. Obwohl, ist eigentlich Wurst, gucke in die Kiste da und bediene dich. Ähm. Warte. Ops, meine Schaufel. Hast du gesehen? Ah, er schaut sich um. Mir ist aufgefallen, wenn man alle unsere Schweine tötet, dann hat man 10 Fleisch. Ja. In die Kiste kannst du reingucken. Glaube ich. Hier. Werkzeuge und Zubehör. Kannst du erstmal ein bisschen was nehmen. Aber da sind nur Scheißsachen drin. Schwert. Warte, äh, was brauchst du noch? Sag mal Bescheid, ich crafte dir kurz was. Du hast das alles oben in deiner Kiste. Äh, ich brauche... Ja, das ist Ersatz. Achso, ich hol's jetzt in die Werkzeugkiste. Nö, lass doch Junge, lass ohne Scherz, ich mach ihm jetzt was. Okay, hier liegt nämlich ohne bei dir im Zimmer. Weg mich auf. Was brauchst du? Ja, Spitzhacke. Spitzhacke, okay. Und noch irgendwas? Eisenschwert? Nein, einfach Eisenschwert hab ich. Okay, Spitzhacke liegt hier. Okay. Okay. Ja, aber brauchst du noch ne Axt oder so? Hab ich. Schaufel? Brauch ich nicht. Gut. Ey, Chris, du hast die Sachen da jetzt verdammt liegen gelassen, ne? Welche Sachen? Jaja, hab ich. Meine Fässer. Wenn ich schon keinen Diamantschwert hab... In deinem Zimmer lag ne Melone. Die hab ich genommen. Die lag auf dem Boden. Das erlaube ich dir. Ich... Ja, ihr wolltet ihr Mühle anfangen? Ich... Ich mach jetzt das kurz mit... Aus welchem Material machen wir eigentlich die Mühle? Wer hat hier nen Creeper gedisst? Ich. Okay. Hehehe. Ist aber nichts passiert, nur ein Loch. Oh, hier ist auch nen Creeper. Ach, den disst du gerade. Ja. Naja, mehr oder weniger, ne? Ja, ne? Hast du nicht geschafft. Mach's aber wieder schön, Junge. Ja. Ich ernte jetzt Zuckerrohr. Das wird schon. Oh, die Musik ist grad so ne Zirkusmusik. Du brauchst gar keinen. Wir haben mies viel Zuckerrohr eigentlich. Nö, ich ernte jetzt noch mehr. Ich mach übertrieben viel. Okay. Ja, macht ihr dann gleich die Windmühle? Mhm. Können wir machen. Aus welchem Material wollen wir die denn bauen? Cobblestone, Rohholz und diese Holzplanken. Okay. Cool. Ich hab da schon so ne Vorstellung, wie es ausschließt wird. Aber haben wir überhaupt noch so viel Holz und so? Holz haben wir glaub ich gar nicht mehr. Deswegen. Wirklich voll schlacken? Ja. Okay. Ich wohne auch. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Okay, ihr macht das, ne? Wenn ihr Hilfe braucht, dann sagt ihr Bescheid. Dann mach ich einen auf Bimbo, ne? Nur so. Ja, okay. Irgendwo hier ist ein Zombie. Ich höre ein Zombie. Ja, Leute. Zuschauer, ne? Ähm, also wir haben jetzt hier Musik, wie ihr wahrscheinlich hört. Ich nicht. Ne, also ich schon. Aber das hört man dann ja in unserem Video. Ich hoffe, die gefällt euch. Wir haben alles genommen, was es gab. Ja, eine ganz bunte Mischung eigentlich. Das halte ich für ne gute Idee. Ich finde das Loch nicht doch. Ich hab's... Oh. Ich finde das Loch nicht. Okay. Ja, ich bin einfach so in den Boden gehüpft. Oh, Zockerrohr ernten macht mies. Keinen Spaß. Aber egal. Wir können da auch noch so, äh, Half-Steps drüber machen. Nö. Über die Wasserkanäte halt. Trink nix. Ist doch nur Verschwendung. Ja. Obwohl, nö. Dann kann man da geiler durchgehen und so. Durchgehen? Was soll aber nicht? Drübergehen und so. Ja, das meine ich. Wir haben eh noch so viele Half-Steps, glaube ich, oder? Haben wir noch? Keinen Plan. Mach ich gleich alles. 63. Mach ich Holz-Hockey? Holz-Hockey? Überall. Genau, überall. Tob dich aus. Ey, die Musik ist cool. Bunte Mischung, Mann. Das chillt voll gerade. Hier ist Clay. Soll ich den mitnehmen im See? Erstmal noch nicht. Hier ist überall Clay im See irgendwie, ne? Na, dann können wir gleich mal ernten. 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 Abbauen, meine ich. Ernten. Ernten. Oh, ich hab grad Kekse gebacken mit einer Freundin. Warte, ich muss einen probieren. Sorry, Leute. Kekse! Hexel! Hexel! Na vor, also ich find die lecker. Hexel! Vorhin war was anderes. Wir haben gestern Muffels gebacken. Pro! Cookies! Hehehe. Hehehe. Ich find die Cookies von Subway voll geil irgendwie. Oh, ja. Oh. Oh, am Morgen haben wir sogar noch wieder frei, ne? Nochmal. Ja, geil, ne? Heute bleib ich mieskrank lange auf. So wie gestern, ey. Bin ja auch erst um drei ins Bett gegangen. Ey, warum stehen da Schafe auf der Krippe? Null. Suizidschafe. Ey, Xim, du wohnst in Österreich, ne? Jep. Cool. Und wo in Österreich? Niederösterreich. Okay, sagt mir nix, aber okay. Hehehe. Hehehe. Ohhh, Heul cheating, ey. Oh, die Musik, ne? Wenn ich zuschaue, hätte ich mich jetzt eigentlich wegflaschen. Ist hier so ne Country-Musik? Dearrn attempted. Ich habe alles genommen, was mit Rhythmus gab. Musik ist von Inkumpt cette, eh? .com, glaube ich. Packen wir in ne Beschreibung oder is schon. ist ja, ist. Könnt ihr gucken, könnt ihr euch da auch Musik hören. Ja, jetzt ist, aber bei den Alten ist es noch nicht, oder? Ah, logischerweise, da ist auch noch keine Musik. Ja, lass mich. So. Wir haben hier vor. Alter, seit wann nehmen wir eigentlich auf schon? Kein Plan. Ich sollte die Uhr ja nicht holen. Und ich hab gesagt, ich hab eine Uhr, aber ich hab nicht drauf geguckt. Aber egal. Pass schon. Ey, da liegt ein Apfel. So, kurz was futtern. 1 zu 200 ist die Chance, dass man einen Apfel kriegt, glaub ich. Ja, und Christoph frisst erstmal einen, ey. Ich hätt ihn schlagen können. Die kann man verzaubern, Mann. Verzaubern, das laber ich. Mit Goldstaub. Dann bringen die richtig viel. Ja, du kannst Golden Apels draus machen. Ja, genau, genau. Und das bringt viel. Ich glaub, alles. Ich glaub, das heilt alles. Ja, so langsam, ne? Stimmt, stimmt. Er hat recht. Das heilt alles. Das ist wie so ein Trank. Der einen so nach schnellem schnell heilt. Wenn man irgendwie im Kampf ist. Wir haben sehr viel Zuckerrohr. Da mach ich gleich die Bibliothek. Das haben wir uns nämlich auch vorgenommen. Ja. Herr Christoph, du meinst... Ah ja, wir haben Boden-Slap. 64. Das dürfte reichen. Oh, eigentlich schon, oder? Oh, jetzt kommt hier sowas Blues-mäßiges. Ich glaub, ich hab die... Ich glaub, ich hab die Mülle zu groß plant für das. Zu groß? Nö, er macht das schon gut. Wir haben schon Platz. Da müssen wir auch noch Bäume fällen. Ich pflanze hier ein paar. Herr, was macht ihr eigentlich gerade? Und wo seid ihr? Bäume fällen. Holzsacken. Okay. Wer nimmt auf? Ich. Chill out. Yep. Henning. Ich tue erst jetzt. Alter, noch ein Apfel. Ja. Noch ein Apfel. Alter, so selten sind die gar nicht. Na, ne? Komm nicht. Junge, gehst du kaputt? Endlich. Tchum. 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 Äh, ich mach jetzt hier Slaps über die Dinger, ne? Ja. Über die Dinger? Was laber ich für Scheiße heute wieder? Ich mach nur was Slaps übers Wasser. Noch ein Apfel, Alter. Jetzt hab ich auch schon wieder viele Äpfel gefunden, ne? Man sieht aber leider nicht so schön wie beim Feld, dass da Wasser drunter ist, weil das hier nicht gehakt... Ja, wie soll man sagen? Gehakt ist der Boden. Aber egal. Wollen wir uns hier eine Treppe nach unten? Hm, okay. Jööööö. Okay, ich glaub, dann können wir auch schon dahin gehen, wo wir die Mühle bauen wollen, oder? Ja, das Grundgerüst zumindest. Ah. Habt ihr auch Zaun und so? Zaun? Egal. Ja, Zaun auf jeden Fall. Wir müssen ja eh an der Stelle brauchen, dann müssen wir auch noch Holz hacken. Ja, hier, Ximim hatte ja eine geile Idee, ich hoffe. Ich kann einen Screenshot schicken. Ja, jetzt erstmal nicht, ne? Also. Ja. Das geht schon. Ich vertraue euch, das wird schon gut. Ich muss selber mal kurz nachschauen, wie das war. Ja. Hm. Oh, diese Megabäume hasse ich, ey. Diese Megabäume. Also, ich weiß nicht, äh, mit der Spitzhacke. Ja? Ja. Ich weiß nicht, wie viel Platz du brauchst, aber sonst hätten wir gedacht, hier irgendwo. Ja, Welt aufbauen. Achso. Ich fähl' hier schon mal ein paar Bäume. Ja, okay, die Bäume, ja, das dürfte ich auskennen. Okay. Dann kann, brauchst du fürs Grundgerüst schon Kabisto? Ja. Okay. Okay. Dann, haben wir noch was in der Kisse? Ich weiß gar nicht. Ja, aber die Windmühle, der schaut nachher richtig episch aus. Sollte. Ja, das passt auch irgendwie hier zu unserem Bauernstil. Da ist so eine Windmühle hier noch zu. Finde ich. Und Holz haben wir auch gleich Mengen. Wie viel Holz brauchst du dafür? Ich hab ein Ei, ich schmeiß das. Viel. Viel, okay. Keine Ahnung, ich hab nicht zählt, das war im Creative Modus, wo ich das gebaut hab das erste Mal. Ich hab schon mal vorgebaut. So zum Test. Ist gut. Ich schmeiß dieses eine verdammte Ei jetzt ins Hühnergege. Oder nicht? Ja. Mit der Chance, eins zu, weiß ich nicht, eins zu. Zehen, dass ein Ei entsteht, oder? Ein Huhn. Oh Junge, mobbt mich nicht. Ich bin heute wieder sch... Das soll so! Ich will Äpfel. Es ist kein Hühner. Kein Hühner entstanden bei drei Eiern. Ein Hühner. Also ich hab schon mal ein bisschen Kabbelstow, ne? Apropos Hühner, der Joke ist bei den Anfängen von Minecraft entstanden, als Chris aber nicht angefangen haben zu zocken. Ein Hühner. Ah ja, da hast du mal gebrüllt, ein Hühner. Ja, das war versprochen. Ja. Und dann hast du noch irgendwas Lolles hinterhergebracht. Seitdem sagen wir öfters mal Hühn. Ich hol dir jetzt hier den ganzen Clay. Clay. Das war so geil. Und du hast irgendwie gesagt, als wir aufhören wollten, hast du irgendwas Lolles gehört. Ja, ich weiß gar nicht. Und wir haben fünf Zombies mit der Hand platt gemacht. Das war gut, fand ich. Die Aufnahme gibt's auch noch, ne? Ja. Oh, ich kann's nicht mehr einsammeln. Scheiß-Kanal, den sagen wir nicht. Willst du das hier einsammeln? Ist das der alte? Welcher alte? Der alte Together-Kanal. Ja, wir hatten mehrere. Welchen meinst du denn? Ja, ich glaub den ersten Together-Kanal von euch. Ja, eigentlich, ja. Woher kennst du den? Ich bin schon ewig bei euch. Also, ich schau euch schon ewig. Hey, du kennst auch Chillout, ne? Da haben wir früher auch geschrieben und so. Fällt mir gerade ein. Ja. Kann sein. Ja, mit Chillout, über Chillout kenn ich dich. Ja, genau. Irgendwie so. Hier hab ich nur... Was? Ey, mit dem Clay können wir epische Bricks machen, man. Also, ich leg mal Holz in eine Holzkiste. Ich muss... Ich esse jetzt was. Äh, löst dich. Cobblestone? Wo ist Cobblestone? Äh, der ist da hier drüben. Bei Steinen. Boah, die Melonen sind so geil, ne? Kein Cobblestone drin. Oh. Müssen wir noch holen. Wir stehen noch irgendwo. Der Cobblestone farme, kann nicht so schwer sein. Nö, das müsste gehen, eigentlich. Ja. Sollte machbar sein. Ey, bei den Melonen, ne, braucht man jetzt nicht mal mehr mit der Hacke da irgendwie was wegmachen. Das geht so schnell jetzt. Hm. Ich hab da aus Versehen, welche Liegen die lassen uns noch mal holen. Ja, ich kann auch noch was gebrauchen. Du brauchst Essen, oder wie? Ja. Bald. Scheiße, meine Schaufel ist gleich Schrott. Oh Mann, oh. Man braucht noch nicht mal mehr Höhen. Oder hast du das gerade gesagt? Ja, das hab ich gerade gesagt. Oh Mann. Den hab ich vorhin auch gebohrt, äh, vorhin. Letzte Session gebracht. Du meintest so, so, fahr. Hast du gesagt, es regnet? Und ich so, halbe Stunde später. Ey, es regnet. Hast du ne Spitzwackel? Ja. Okay. Ah, ich mach mir nochmal ne neue Schaufel. Und dann mach ich hier den Clay. Ja, komm was. Wo müsste das denn gehen? Kabus. In der Mine. Mine. Wir haben eine Mine, ja. Okay, also mit der Mühle habt ihr noch nicht angefangen, wie ich sehe. Mene. Wir holen Material. Hier liegt ne Apfel. Oh, ich hab ne Apfel. Juhu. Yeah. Noch einer. Wow. Wir haben auch schon jetzt fünf Stück oder so in der Kiste. Geil. Wir sammeln die jetzt, ne? Why ever. Also ich hoffe, dass hier noch viel geht. Ja. Wollen wir den Kabusun holen? Es wird Nacht. Wollen wir mal pennen gehen? Zombies und so sind schon da. Regt auf. Da ist Lava in der Ecke. Müssen wir aufpassen. Ey, musst du hier Dings eigentlich auch pennen gehen? Sim? Ja, wir müssen alle drei. Okay. Willst du pennen? Ja, es ist nah. Ich möchte gerne nicht schlafen.